Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ja, da sind wir ja wieder. Neue Woche, neues Unglück. Aber immerhin scheint die Sonne heute, das hat doch auch was für sich. Ja, noch. Und alles wird bunt draußen. Ich muss heute mal rumlaufen und ein paar Fotos machen von diesen wunderschönen bunten Bäumen. Und wenn alles immer bunt wäre wie die Bäume. Das ist gut. Ja, ist alles so schön bunt hier. Die Ereignisse überschlagen sich. Man hat ja so viele Themen, man weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Also bei der FDP würde ich ganz gerne aufhören. Diese Verbrecherorganisation oder wie soll ich die nennen? Also verbrechenschützende Organisation, die kann ich nicht mehr ertragen. Am liebsten würde ich die totschweigen. Naja, die wollen eine privatisierte Polizei haben. Ja, eine Polizei GmbH. Da könnten sie aber nichts mehr dagegen machen, dass die IP-Adressen speichert. Ja, ja, ja. Das ist sozusagen inkludiert in dieser neoliberalen Gedankenwelt. Das machen wir ja jetzt schon. Wir haben ja schon GmbHs, die solche Daten aufzeichnen. Und der Staat braucht das doch nicht, Rudi. Was willst du denn? Der Staat, der kontrolliert dich doch dann nur, Rudi. Die gucken, wann du hier mit Facebook arbeitest, mit YouTube. Und das gucken die doch dann alles. Ja, ich kriege jedes Mal fast einen Schlaganfall, wenn ich an den Postkasten gehe und da so einen bunten Umschlag finde, auf dem Staatsanwaltschaft steht. Und ich denke, dann habe ich schon wieder etwas verkehrt gemacht. Da hat mich schon wieder irgendein Arschloch angezeigt. Dabei ist das bloß, die IP-Adresse konnte nicht ermittelt werden oder so. Oder der Versender der betrügerischen E-Mails konnte nicht ermittelt werden. Das kann ich schon ganze Wände mit tapezieren hier mit diesen Geschichten. Eben, reicht doch auch, wenn Elon Musk das weiß oder Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg. Die müssen das wissen. Und die dürfen das auch auf Vorrat speichern, weil die wollen dir doch die passende Werbung schicken. Also, dass jetzt die Polizei nicht darf, das ist doch in Ordnung. Die Polizei soll mir ja auch keine Werbung schicken. Das braucht die IP-Adressen. Du willst doch nicht etwa, dass die dir dich vor Kriminellen irgendwie... Ja, das wäre ja was ganz Neues. Das wäre was ganz Neues. Diese Leute, die nach Zypern auswandern, um von da aus irgendwie betrügerisch unterwegs zu sein, das sind alles Porsche-Fahrer, mindestens. Nein, es ist erschreckend, wie wenig Kompetenz da auch bei FDP und Konsorten in der Politik überhaupt zu dem Thema Daten und Datenspeicherung und Dateneigentum und so weiter vorhanden ist. Das ist ja nur erschreckend und peinlich. Würde ich nicht sagen, dass da keine Kompetenz ist. Da ist sie viel Kompetenz. Weil die machen diese Politik doch absichtsvoll. Ich will denen doch nicht unterstellen, dass sie das unwissend machen. Im Gegenteil. Das wäre ja noch schlimmer. Nee, das wäre nicht schlimmer, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ja, steht zu fürchten, wenn man das so beobachtet. Denke ich mir doch. Ja, und die CDU macht da auch mit, weil ihnen das ganze Zeugs nicht zu weit geht. Das passt aber alles in die Reihe. Das passt nirgendwo mehr hin. Das ist so, diese neoliberale Politik aus dem 19. Jahrhundert, die ist noch nicht in der Jetztzeit angekommen und definiert Verhältnismäßigkeit nach den Vorstellungen von vor 200 Jahren. Das stimmt. Ja, da gab es noch keine Briefmarken. Da musste man noch mit der Taube fliegen und so. Da konnte man auch jede Brieftaube abfangen und jeden Brief mal kurz aufmachen und das wurde auch gemacht. Da sollen sich doch bitte die Verbrecherorganisationen auch dran halten. Sollen sie doch ihre betrügerischen Mails mit der Bundespost schicken. Hast du eigentlich gehört, dass Oskar jetzt Kuba zerstören will? Also der Orkan Oskar ist unterwegs nach Kuba. Ist ja auch, ist das nicht passend, ja. Ja, die sozialistischen Brüder von links und rechts von Russland über, wen haben wir da noch alles? Bis Venezuela sind nicht in der Lage, ihren kubanischen Brüdern, sozialistischen Brüdern genügend Öl zur Verfügung zu stellen, dass da die Lichter nicht ausgehen. Ja, naja, da kannst du mal sehen, wie wertvoll amerikanische Boykotts sind. Nach 60 Jahren gehen da jetzt die Lichter aus. Das ist ein Erfolg, wenn wir das mit den Russen genauso gut machen. Dann zeigt das doch eigentlich, wie human die Amerikaner sind, dass sie das haben sich nach lang laufen lassen, bis es endlich, ja. Ja, aber von wegen Humanität, das sind wir ja schon bei der Krankenkasse noch. Ja, humane Krankenkassen, ja. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn wir nur noch wie in Israel vier Krankenkassen haben. Hauptsache, mein Ansprechpartner vor Ort bleibt da. Naja, aber genau das haben sie ja in den letzten Jahrzehnten nicht fertiggebracht. Die haben ja immer weiter ausgedrängt. Die haben ja die Kassen vor Ort immer weiter zurückgedrängt, weil die viel zu teuer sind. Die haben zwar die Patienten im Zweifel noch persönlich gekannt und wussten, ob da ein Medikament braucht oder nicht. Ja, ich kann mich da gut dran erinnern. Wir durften dann entscheiden, ob Hopp oder Topp, wenn einer krank war. Und der Herr, der Geschäftsführer meinte, der kriegt dieses oder jenes Medikament nicht. Haben wir zugunsten der Patienten entschieden. Wir kannten die Pappnasen vor Ort. Macht man heute nicht mehr. Braucht man heute nicht mehr. Kann man alles in Berlin entscheiden. Da kommt ein großer Briefkasten hin. Schreit dann Widerspruchsausschuss drauf. Weiß keiner mehr um, wenn es geht. Hau weg die Patienten. Was wäre die Krankenkasse so schön ohne Patienten? Das ganze Gesundheitssystem. Schönen kommerzialisiert. Also wenn man alle Kranken verbleichen ließe, oder wie nennt man das denn? Also nachdem sie verblechen sind, sind sie ja keine Kunden mehr und sind auch nicht mehr teuer. Das stimmt. Ja, also nur noch gesunde Leute, da könnten die Krankenkassenvorstände gut leben. Das können die Erfolgsbilanz erheblich verbessern. Ja. Gibt auch weniger rote Laternen vor den Glaspalästen. Genau, genau, genau. Ach nee, die gibt es ja nur nicht. Ich fände es schon sinnvoll. Also ich finde, diese medizinischen Versorgungszentren sind eine gute Sache. Auch eine Bürgerversicherung ist eine gute Sache, wo man die Beamten... Das ist die Grundlage für eine gescheite Medizin. Genau, die Selbstständigen, wo jeder einzahlt, ja. Andere Länder machen das auch so. Ja. Selbst die Schweiz, sozialistische Schweiz. Aber wir haben eine FDP. Und wir haben Teile der CDU noch, immer. Die der FDP immer noch hinterherhinkt. Ja. Leider. Naja, dann die UN gibt es sich mal wieder in Kali diesmal in Kolumbien. Und das Volk auf der Bühne. Ja. Ja. Von hier, von da. Alle, alle in ihren in China gewebten dünnen Tüchlein. Ja, ja. Viel Folklore. Genau, das reicht doch auch. Also wir bräuchten die Natur weiter aus. Wir nehmen raus aus der Natur, was wir können. Kostet ja nichts. Macht euch die Erde untertan, sagen die Kapitalisten immer. Äh, nee, Entschuldigung, hat die Kirche gesagt. Und... Die sind ja die Kapitalisten. Also der eine Teil, das andere war der Adel. Ja, ja. Funktioniert weiter. Da kann die Greta mal sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Interessiert kein Schwein. Uns im Übrigen auch nicht. Gott, wir partizipieren ja alle davon. Das ist ja die Scheiße. Wir benutzen das ja alle täglich exzessiv. Wenn wir wirklich uns so verhalten würden, dass wir am 31.12. die Ressourcen weniger aufgebraucht haben als nachwachsen. Ja, das wäre schon ein Ding. Aber da müssten wir auf drei Viertel von dem verzichten, was wir machen. Und dann dürften wir auch hier jeden Morgen keine Videoschalte machen. Weil das kostet enorm viel Elektrizität. Das müssen wir uns alle mal hinter der Uhr schreiten. Wir müssen noch mal drüber reden. Ich weiß nicht, ich glaube es nicht, dass wir so stark, also wir zwei, das bisschen Strom, das können wir noch auf dem Balkon selber machen. Aber, oder auf der Veranda, meine Damen und Herren. Naja, aber nicht in den Knotenpunkten, in den Internetknoten und so. Da wird es gebraucht und zwar megawattweise. Ja, ja, das müssen wir aufgreifen als Problem. Ja, und könnte bei uns in der Gegend keine 300 Meter weiter, soll Rhein-Mein-Link verlegt werden, Stromtrasse unterirdisch. Weil überirdisch ja keiner die Masten sehen möchte, könnte unsere Grundwasserversorgung im Dorf also für tausend Leute verunmöglichen. Weil davon lebt das Dorf. Da müssen wir Wasser hochpumpen aus dem Frankfurter Ried oder irgend so aufbereitetes Wasser schlürfen. Brauche ich nicht. Ja, nein, das sind alles Themen, die angegangen werden müssen und wo wir uns es morgens ja immer etwas despektierlich drüber unterhalten. Ich habe mal der Sarah unterstellt, dass sie demnächst eine eigene Modemarke macht. Dior kann es ja nicht sein, was sie trägt. Das ist wirklich etwas Eigenkonzipiertes. In ihrer Freizeit, die hat ja auch doch im Bundestag nicht viel zu tun. Die muss ja nicht anwesend sein. Da bleibt sie zu Hause und wirft die Nähmaschine an. Genau, ich habe gehört, die wäre eigentlich nie da. Die, die nie da ist, am Freitag sowieso. Die Leute, die sie wählen müssen wissen, was sie tun. Ihr müsst auch wissen, was ihr tut, ob ihr unser Geschwätz weiter anhört. Dürft ihr jeden Tag. Und Abos nicht vergessen. Macht's mal. Auf Wiedersehen.